ARD Text im Auftrag des ZDF Ciao zusammen! Welche Zeit sind Sie? Die Karte der Mehl-Levante-Karte ist in Ordnung. Auf jeden Fall, weil wir noch ein paar Späne haben, die Olimpikäne und die anderen, weil wir in Ordnung sind. Was soll ich Ihnen sagen? E-n-n mit L-D-de-Plebe. Wir sind hier in der Schule in Schluwein und wenn man weiß, wann die 6-jährige Klasse so gewartet, und wann sie auch 4 Jahre kennen, nur ein Quiz. Guten Tag zusammen! Guten Tag! Ist es bereit, zu spielen ein Quiz? Ja! Super! Schauen Sie sich lieber. E-n-drech, eh? Tot duos! Ah! Das ist ein Trappler! Aber auch noch ein Fransch-Kaldos. Schnellen Sie sich das auch in der Munde. Das ist die Frage mit der Schule. Letztendlich machte eine wichtige Rolle für unseren Kalender und mit dem wir uns besitzen. Boom! Schule in der Schule in den Mund? Er, mir, nein! Klar, nein! Ein bisschen in der Schule schlägt im Mund, aber in der Mund schlägt im Mund in der Schule. Und er will sehr viel Veränderung in der Schule. Aber eines ist die Frage zu erklären, der uns die drei Radier der Schule und die andere auszuschränkt, weil sie die Stil. Die tun auch das, weil sie sechs Jahre in der Schule eine Nacht sind. Und das ist die Frage klar unter Hersteller in der Nacht sind. Bei ihnen mit ihnen D per D, Ein Kalender simpel, das 1D der 24.00 Uhr, der meint 1440 Minuten. Und dann wird es auch in der 6. Klasse der Klasse eingestellt. 5 Minuten auf 1D. 1.15 Minuten, nicht nur 1.15 Minuten. Oha, das war gut. Probablell nicht mehr Minuten und Sekunden. Ach, geht so kapital. Gut, am Ende Klasse, während 1D, wenn die Welt ein bisschen in den Turnen gesetzt, er war ein Toc, der sich in den Turnen zu gehen. Sein Kälte, er hat einen Zikel in eine andere Position. Und dann wird es noch in der Stadt und in der Wien. Denn dann kann die Dichs, die in die Stadt passen, in der Wien, ohne die Kerstin in den Schritt in die Dichs. Und dann ist es ein bisschen stärker in den ganzen Rosen. Und dann geht es mit der Zikel in die Stadt und die Viener. Ihre Basis des Sollels, Stadt und Wien, ist also der Präm-Kalender des Sollels. Aber welche Menschen haben sich entwickelt als der Präm-Kalender? Was ist der Romanz? Nein, nein! Nein! Der Präm-Kalender hat sich entwickelt als Ägypten. Sie haben die Imperator-Roman Gaius Julius Caesar verbessert den Kalender und macht den Kalender Julian in London. Und dann müssen Sie den Kalender Gregorian, als Papa Gregor hat sich entwickelt. Der Kalender ist P-V. A. der Kalender Gregorian und B. der Kalender Julian. Und der Zicht ist B. der Julian ist P-V. Bravo! So, und unsere Niveau ist, die wir besprechen. Welchen Dix haben wir die 2-Jährigen-Avante-Kater? A. 365 oder B. 366-Dix? B. 366-Dix. B. 366-Dix. B. 366-Dix ist ein D. B. 366-Dix? B. 366-Dix. B. 366-Cu. B. 366-C. B. 366-Dix ist es. B. 366-Dixす Springform. Und das heißt, wir kommen die beiden auf die 365-366 auf die 166-10. In dem Fall haben wir die 1.0 in der Februar die 15-20-209 gemacht. Und das ist die Geschichte, oder was wir beim aulaern? Die Geschichte ist ein Kollege, oder was wir in den Süd-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego-Grego. Das ist die Geschichte, die wir heute auf die Geschichte, die in der 16-Jährigen sind. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Ede. Ciao und tschüss. Ah, so flott. Könnte es funktionieren. Stupend, wenn wir die Schleuhe-Kohre schlagen. Wir haben auch noch ein kleines Konturen-Tattoos. Das sind wir sicherlich sehr unterschiedlich. Wir sehen, dass wir Tiere oder andere nicht sehen. Mein Team, der mir in mir lebt. Und warum? und er hat eine andere Serie von Tattoos. Tattoos sind die eminenten Kallox, die in den Messen mit einer Gugl-Gülle, unter der Peel. Sie sind die Resten für den Dänen und wollen den Wind mit dem Zyklen und dem Wunsch und dem Wunsch. In der Nogx wollen wir uns für Tattoos aber wir wollen sie auch für unsere Peel. Unsere Peel sind die größte Organe. Sie haben etwa eine kleine Größe, eine große Größe, eine sehr große Millimeter. Die größte sind die Größe, aber die größte sind die Peel. Unsere Peel haben sie eine kleine Größe. In dieser Seite hat sie drei Stresses importantes. Außerdem ist die Epidermis. In der Mitte der Dermis, und der mehr Profit, der Lipodermis. Die Mehrheit sind die Epidermis. Die principale Funktion der Epidermis ist die Schrömer. Zum Beispiel, mit einer Strasse der Krone, bei einem Pinz-Toc, mit einem Schroß-Kutz der Peel, mit einem Schroß-Kutz, mit einem Schroß, mit einem Schroß, mit einem Pinz-Toc, mit einem Schroß, mit einem Schroß, mit einem Schroß. Wenn die Peel mit einem Schroß, mit einem Schroß, mit einem Schroß, mit einem Schroß, mit einer Bacteriä, mit einem Schroß. Das heißt, dass die Beel gut zu kommen. Die Pfanne sind die mit einem Schroß. mit einem Schroß produzieren, die Melanin. Wir kommen in Brinz. Die größte Funktion der Melanin, bei einem Schroß, dass wir uns Brinz mit einem Schroß, mit einem Schroß, die Strasse der Pialzoten haben. Wir sehen uns, aber in der nächsten Schroß, die in einem Schroß, die Dermis, die, die wir genannt haben, die unsere Klimatisierung, die funktioniert auch. der Bieter der Pialz Alejandro und da오ßen, zu Home, die Schroß werden. Die Schroß werden wir wegen der Schroß. Wenn wir uns freuen, ist es ein Thema, dass wir ein Pünktes Muskel in der Pallene zusammen fassen, dass das alles gratis ist. Die Funktion ist, wie die Tiere, zum Beispiel die Gäste. Statt der Pallene gratis, hat er ein bisschen kalt und hat eine Impression von ihnen. Bei uns ist es ein Ton ziemlich leichter. Dann gibt es die große Strasse, die Hippodermis. Der Pallene ist die Hippodermis. Die Strasse ist in der Grasse. Die Strasse ist eine gute Energie. Sie ist die Kälte. Die Wien haben sie in Plumatsch, in Schormäge, in den Fridas externen. Die Schormäge regiert die Temperatur. Wenn wir die Schormäge, die Schormäge regiert werden. Die Schormäge regiert werden. Und du siehst. Dann wird die Schormäge in der Pallene. So wird die Schormäge regiert. Und wir sehen uns in der nächsten nächsten Mal. Ciao zusammen! Stopp! 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 Inset je, wäja totem lii dode dich. Se wätschküch in die Katero, schilern um was eschni bätsch, ja, ebätsch minte Kateron. In der Dateibe Excepcjungs tenor treis simples Regles. Die Schormägever noch sind viele Mägever. Alleine Prima, sie wäde patr kün Kater Egli. Sie wäde patr kün Cent Egli. Beíte non besächt. Und allora, steu entscheiden sie wäde patr kün Kater Cint. Jetzt ist sie, ich will. Dann ist sie, ich. Gut. Das ist ein Problem mit Ziffern. Was soll ich sagen? Du bist mit 4. Du bist mit 4. Du bist mit 5.6. Du bist mit 5.6. Super. Du bist mit 4. Du bist mit 4. Du bist mit 4. Tipptopp. Dann ist sie. Ich will den Vater. Komm. Schendt. Ja. Allora. Tschüss, Ayd. Du musst ein bisschen schulasten. Lass uns schulasten.